NEM in 60 Sekunden. NEM ist zwei Dinge auf einmal, zum einen eine Entwicklungsplattform für Blockchain-Anwendungen und zum anderen ein gleichnamiger Token. Das übliche Kürzel der Währung ist XEM und NEM gibt es seit dem Jahr 2015. Was ist das Besondere an NEM? NEM ist eine Entwicklungsplattform für Blockchain-Anwendungen und ist dabei ein öffentlich-privater Hybrid. Das heißt, man kann auswählen, ob eine Anwendung auf einer privat abgesicherten Blockchain laufen soll oder eben auf der öffentlich zugänglichen Blockchain. NEM hat auch einen besonderen Konsensmechanismus, der sogenannte Proof of Importance und NEM hat auch schon einige besondere Features integriert, zum Beispiel einen Messaging-Dienst. Kurz noch zur Währung, von XEM sind 9 Milliarden Einheiten festgelegt, genauer gesagt sind es 9 Milliarden Einheiten minus 1. Die Blockzeit liegt bei einer Minute und der Hashing-Algorithmus basiert auf der ECC-Twisted-AdWords-Curve. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite oder bei Twitter und Reddit. Das war NEM in 60 Sekunden, für weitere Videos abonniert gerne den Kanal, lasst mir einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat und schreibt mir unten in die Kommentare, welche Coins ich als nächstes vorstellen soll. Bis dahin eine gute Zeit und ciao!